Da, das Salty Oyster Salziger Oyster wahrscheinlich oder so Da! Gefunden! Sehr schön! Neue Kraft, neue Smid Wie auch immer WTF So Panzerraum mäßig Okay Return to sender Press to generate a magnetic shield Hold to absorb damage and release to throw it back Geil Nice Zurück zum Absender Klingt ganz cool Drücke rechte Maustaste um einen magnetischen Schild vor dir aufzubauen Halte rechte Maustaste um den Schild vor dir zu tragen Beim Tragen werden Salze verbraucht Beim Loslassen werden Kugeln zurückgeschleudert Probiere ich auf jeden Fall mal aus allerdings Ah, damit habe ich jetzt alle ne Nein So, Moment Ähm Ladung Und wir nehmen uns mal Gesundheit, nehmen wir uns Gesundheit Ja, komm Mal wieder ein bisschen mehr Gesundheit hier Perfekt Wirklich? Wir haben unser Leben riskiert für ein bisschen Kitzel? Ich kenne sie Hatte dabei an der Houston Street bedient Dachte ich mir Aber dein Körper wehrt sich mit Verwirrtheit und Blutungen gegen die kognitive Dissonanz Doch wir sind zusammen Und ich werde dich heilen Denn was trennt uns jetzt noch abgesehen von einem einzigen Chromosom? Okay Okay Ja, das war's hier War das die optionale Mission schon? Ja, Tatsache Naja, das dazu BAM Voll die Kniescheibe weggebamst Headshot Was? 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 Zack Ruck zuck ist der Schädel kaputt Ja, gut Das war's hier Was war das gerade? Achso Das hier durchsuchen Gesundheitskit So, ich werde jetzt einfach mal ausprobieren Wie das Ding hier genau funktioniert Werde ich einfach mal ein bisschen rum testen Ne? Juhu Ja, und so wie es aussieht Haben wir alle Plasmide, die es im Spiel gibt Wenn ich das richtig sehe Ja, den Buchladen haben wir ja jetzt durchsucht Ne? Ich guck nochmal kurz hier Treppen runter Ob da noch irgendwas war, was ich übersehen hab Ne, das ist ne Waffe Sieht nicht danach aus, okay Na dann Hopp Sehr schön So, es gibt kein Zurück, meinte sie ja Ja, dann funktioniert das Hm Hm Einfach mal durchgehen Was haben wir hier? Anarchists lose in our fair city Death too good for them Say warden war Wats Warden wats Juhu, Geld So Ja Gut Das hätten wir Den Knopf kann ich nicht drücken Aber den hier Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf Hoffentlich geraten wir in so einen Narren 0453 0453 Hm Okay, Moment Wir müssen vierstelligen Zahlen kosten Das könnte sein Was? Was denn? Hä, ich weiß immer noch nicht was so richtig hier jetzt mit gemeint ist, aber Oh, es blinkt! Könnte es das sein? Wieso wirst du so scharf darauf Schlösser und Coats zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen Verständlich Und ich lass mich nicht mehr einsperren, Buck Okay Warum stehen die Dinger überall? Aha Das hier ist stinkig Glaube ich Ja, hier bin ich nicht Hier sind wir nicht Ach gut, er hat uns nicht bemerkt Ich bin gespannt, wann wir das Vieh killen Elisabeth 0451 Ups Elisabeth, du Versprich es Ich werde ihn stoppen Nein Dieses Versprechen kannst du nicht halten Aber bitte Wenn es so kommt Lass nicht zu Dass er mich zurückbringt Dazu kommt es nicht Okay Nee, das lassen wir nicht zu Enter Weg hier Ja Vielleicht dachte das Mädchen, dass nach Fitzroids Tod alles zu Ende sein würde Aber es gibt noch mehr von ihrer Sorte Welches Mädchen? Ach Oh Was? Wo? Uiuiuiuiui Oh ja War so klar Ähm Hier Lieber das Lieber das Zack Erstmal hier Was haben wir hier Feines Kann man leicht übersehen Wenn man einfach durchrushed hier Aber Hier scheint auch nichts wirklich weltbewegendes zu sein Nö Ah Na dann Hopp Uiuiuiuiuiui Nee, nee, nee Erstmal hier runter, so Ey 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 du kleine Pissnäcke Verrecke Das Spiel kann man zu zweit spielen Da habe ich ihm voll eine verpasst Köder Wasserlarve Hab ihn verloren Na los, komm, Feuer auf mich BAM Jawoll, nice Gefällt mir Okay Hey damit, meins Oh Da ist er schon tot Alter Schwede, hier gibt es wieder vieles zu sehen Aha What the fuck Ach du Scheiße Ja 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 Bam 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 Bum Bum Sak mit deinem was auch immer du dabei hattest was will der denn? verpiss dich oh was haben wir neuer Hut Munitionskapazität ne ich bleib bei meinem Hut mein Hut gefällt mir richtig gut den werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr wechseln bam so was ist denn hier Feines? da gibt es auch ein bisschen was Neues verbilligter Fasand erhöht die Schilddauer drücken und verringert die Salzkosten vom Halten verleiht die Fähigkeit auf dichtgerichtete Munition zu absorbieren und einzusammeln ist natürlich auch cool aber da muss auch jemand erstmal auf mich so schießen fügt Explosivschaden hinzu gekauft da mal hier Explosiv- und Feuerschaden geil gut den Rest bewahre ich mir erst nochmal auf und guck hier nochmal Panzerfaustgeschwindigkeit meins um 100% jetzt sind die wesentlich schneller okay dann kann ich damit zielgenauer natürlich schießen geil hier ist etwas Geld sehr schön gleich wieder Geld bekommen ah Nadel ja kannst ja schon mal knacken kannst du das öffnen? ja ein bisschen vorhin in dem Laden hast du von mir verlangt hast redet mich nein was hat das Ding dir angetan? wenn es mich zurückbringt Moment ja erzähl weiter das ist der Tod Mr. DeWitt oder etwas so ähnliches dass es keinen Unterschied macht bitteschön sehr gut so der bittet hier nur das Standardzeug an der Munition und so brauche ich momentan nicht gut ich gucke mich dann hier nochmal ein bisschen um würde ich sagen und nimm mit was ich kriegen kann uuuh au achso dann muss kann ich mir das hier alles angucken so Elisabeth mal sehen was ich tun kann Medizin Kits ja Medizin Kits brauche ich nicht ich bräuchte Salz dann ganz geil jetzt gerade mal aber gut hier soll ich nicht rein dann gehen wir hier doch mal rein so Geld mehr Geld die Faunas will bleed ja gut röschte die Balle spändige Bleib oh Gott cool ja ja damit so baam WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR